Das bricht ein. Oder auch nicht. Ich wusste es. Kann ich hier schnell wieder raus, offen, offen, na toll, links, rechts. Hä? Das ist die falsche Richtung, vermute ich. Aow. Kommt hier ein Bosskampf oder so? Ich sehe auch gerade nicht, wo ich hingehe. Ach so. Zwei, wo sie unsichtbar machen kann. Das war ein schneller Bosskampf. Du Dreck-Sau. So, was haben wir hier alles übersehen? Maschinenpistole. Vier? Hä? Moment. Kommt der Sache schon näher? Ich gehe da noch nicht raus. Nein, 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 nein. Vier, drei. Drei. Ja, vier, drei, eins. Naja, ich könnte auch... Nee, ich glaube, die vierte Zahl ist hier nicht, oder ich habe sie übersehen. Vier, drei, eins. Machen wir mal zwei. Kann sein, dass ich das cutten werde. Vier, drei, eins, sieben. Ja. Maschinenpistole. Das hat sich doch rentiert jetzt. So, wo war... Da noch ein Kuchen. Ah, hier war der Kuchen. So, jetzt können wir raus. Jetzt haben wir den Super-Zombie ja gekillt. Aber... Aber du schaust gleich aus. War nur normale Leiche. Okay, aber der Kindergarten hat echt eine gute Atmosphäre. Ganz ehrlich. Das holen Munition. Oh, wieder eine erste Hilfe. Mitnehmen. Voll. Warte. Nicht mehr lange. Ich bin ein Vollidiot. Na ja, okay, dann können wir zumindest Pistolen-Munition aufheben. Ah, nicht die Leuchttrakete. Hi. Will doch nur raus. Raus will ich. Jetzt haben wir wenigstens wieder genug in der Pistole. Aber die Stimme gefällt mir nicht. Wir sind gleich draußen. Ja, ich weiß. Gerade für einen Moment vergessen. Ja, wir sind fast draußen. Mhm. Ja, flieg mal über den anderen zu mir, ist recht. Und gleich nochmal, was du schön... Sag mal, wolltest du mich verarschen? Die wollen mich verarschen. Die wollen mich verarschen. Oh. Gut. Warum tauchen auf einmal so viele auf? Ich hab doch das hier alles gesäubert. Wir können in so kurzer Zeit so viele Zombies auftauchen. Ich hab keine Ahnung. Aber das Wichtigste... Wir sind draußen. Ach. So. Jetzt ihm nur die Medikamente bringen. Taucht jetzt bestimmt nichts auf. Also ich hoff's. Ich hab zwar jetzt genug Munition wieder dabei, aber ich muss erst nicht alle verballern. Auf. Das fühl ich. Geht die erst auf, wenn ich die Zombies hier gekillt hab. Oder den Zombie. Nein. Oh. Shit. Toll, da kotzt auch noch einer. Das wird jetzt hier mein... Untergang. Ja, ja. Einmal frei. Ja. Okay. Wir müssen jetzt halt wieder zu denen rüber, dass ich meine gesamte Munition wieder bekomme und meine Waffen. Ja, ich hab jetzt... Keine Ahnung gehabt, wie ich da jetzt wegkomme. Naja, ich hab zumindest die Armbrust noch im Container. Ich hab jetzt mal... Ich hab jetzt mal... Pistole Ja, aber die ganzen Sachen sind alle noch da Also ich kann die Molly mitnehmen, die Mine Kann alles mitnehmen, was ich unbedingt gegen die brauch Aber allzu viel darf ich eigentlich nicht mitnehmen Nee Ich baue ja einiges wieder von meinem alten Charakter Aber gut, dann werde ich hier erstmal einen kleinen Break machen Und man sieht sich in der nächsten Aufnahme wieder Ich baue ja einiges wieder von mir Эrd